Novene zur Ehren der Wundertätigen Medaille, zu unserer lieben Frau von der Wundertätigen Medaille, zweiter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geriebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesklamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geriebte Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Dein Liebesklammer des unbefleckten Herzens, Mariens, Deine so sehr geliebten Brot. Zweiter Tag, seligste Jungfrau Maria, heilige Mutter Gottes, wir verehren Dich als Vermittlerin des Geheimnisses der Heimsuchung Elisabeths, denn durch Deine Vermittlung hat Gott Johannes den Täufer geheiligt. O unsere Herrin und unsere Mutter, ermittle mir die Gnade, Gebetsanliegen kann man nennen. Und beweise so, dass es Dir gefällt, wenn wir Dich als Vermittlerin alle Gnaden anrufen. Bitte für uns, allerseligste Jungfrau und Gottesmutter, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi. Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, Du hast die allerseligste Jungfrau Maria, Deine himmlische Mutter, auch uns als Mutter und Glückerin alle Gnaden gegeben. Gewähre, dass alle, die Dich um Hilfe anfliehen, froh bekennen können, alles durch Maria empfangen zu haben. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist die Wernedeit unter den Bauern, und die Wernedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist die Wernedeit unter den Frauen, und die Wernedeit ist die Wernedeit Deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist die Wernedeit unter den Frauen, und die Wernedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu Dir unsere Zuflucht nehmen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kind lebe. Und zu allen Deinen Segen gebe. ist nicht der Fall. Das ist ein Verschwelux. Das ist ein Verschwelux.